Video hochgeladen, 139, ich habe bock, ich scherz glaube ich noch mehr bock, wir gehen rein in das Ding. Wir sind gut, Memes, ohne Ahnung. So, 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 so. Du hast okay? Ja, ja, Digga, ja, ja. Man kennt ihn, euer Nationaltrainer. Euer Trainer. Doch, wie er auf unauffällig machen will, Digga, die Kameras sind auf dich drauf. Das sind 10k Kameras, Bruder. Ja, 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 ja. Perfekt. Das ist der Beste! Komisch. Boah, eigentlich vor, vor Tieren wegzulaufen macht wenig Sinn, ne? Digga, so viele Tiere sind so schnell, Digga. Stellt euch mal vor, irgendwann ein Tiger oder so, jagt euch. Was wollt ihr machen? Na, kann ich schauen, bei Tiger und so ist Regenschüss, ne? Digga, stell dir mal vor, Digga. Bei Wildkatzen und so, ich sage ehrlich. Ey, würdest du so eine Safari-Tour oder so machen? Ja, ich würde gerne Wildkatzen und so ein Hausschen haben. Ich würde niemals in meinem ganzen... Ich würde nie... Tau, Safari-Tour. Aber ein Tiger wäre krass, ja. Tiger wäre schon cooler. Ich würde sowas niemals in meinem ganzen Leben machen. Hausschen, ein Tiger wäre echt geil, ehrlich. Glauben mir, krank. So wie die Araber, ne? Die reichen Araber. Ja, das ist nicht geil, Alter. Davon distanziere ich mich. Hallo? Ey, spring mal! Bring mal bei, wie man springt. Ich will wissen, wie man springt. Du kannst auch springen, du hast genauso B*** wie wir, du Fettsack. Jungs, ihr seht ja, ich habe STBA. Ich habe Strafzettel, bekomme Bielefeld. Gitte, ich schick mein Leben, Alter! Ich schick mein Leben! Ach so! Falsche Kennzeichen. Falsches Kennzeichen. Hey, wie geht's hier los? Weee, Digga. Die Albaner haben Messi zum Albaner gemacht. Diese Nummer 8 Bewegung. Wenn diese kommt da, diese geht und sucht diese Position. Diese kommt da bald zur Suche. Wenn man kommt da, dann kommt so, dann kommt so. Jetzt, dieses Jahr, haben wir die Möglichkeit auch mit du da. Wann sind die Tics bei dir so erstmalig aufgetreten? Ich wollte mir TikTok runterladen und es hat nur für die Tics gereicht. Oh Scheiße, das für zu schweren Behinderungen. Die haben einfach beide Dings zu retten. Hast du das nie gesehen von denen? Nee, nee. Hast du gesehen? Nee, nee. Ich habe auch schon gesehen. War schon echt, also... Krass, Alter. Muss schon lachen. Das Grinch. Genau der richtige Ball. Rakitic noch mal Messi. Nein, nein, nein. Messi. Unfassbar. Shamila Übergang. Ja, 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 ja. Wir Frauen werden unterbezahlt im Sport. Aufrollen. Jetzt bin ich gespannt. Merkst du selber? Der... Ich stelle mir gerade so vor wie du ähm... Ausrastest. Ja Dings, ähm... Ich hab meine Mutter gefragt und... Boah, muss ich furzen. Ja... Boah nochmal... Oha, okay. Die... Die... Die ist aufgeregt. Ist das Brandfleck oder ist das... Ja... Ist das Brandfleck? Das Brandfleck! Da muss man auch ein bisschen kreativ sein, Digga, ne? Das ist sehr süchtig, ne? Sehr süchtig. Big winner, Mutter. Wie bewältst du dir aussehen? Das ist hübsch. Was findest du eigentlich hübsch? Charakter. Charakter. Die Lottozahlen. Die Lottozahlen. Eins... Eins... Fünfhundertachtzig. E... Zwölf. Côte d'Azur. Superzahl. 156 Kilometer. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen. August. Den 30. Sonntag. Mal Sonne, mal Wolken. Mal gewittrige Schauer. Mal windig. Mal Baden-Württemberg. Um 23... Das ist schon eklig geschritten. Komisch. Uhr 15 haben wir. 23 Uhr 15. Ich wünsch Ihnen Corona. Wie? Uaaah! Und Sie denken, Sie haben das Zeug dazu? Wieder, du kleiner... Jaaaa! Komm, ich persönlich zu dir. Ich zerbrische deine ganzen Zähne und dein Mund. Werkt, du kleiner, du... Ey, ich schwöre, ich muss euch sagen, Digga, mit diesem Mann würde ich mich echt gerne treffen. Ich schwöre auf alles. Digga, er ist einer der Menschen, zu denen ich heraufschaue. Ehrlich. Nathan, mach doch schon. Digga! Du hast noch nie zuvor jemand mit mir gesprochen. Hast du auch deine Strafe bekommen? Hast du es verdient? Wir haben den Job. Ah, man kennt's. Ja, ja, man kennt's, Digga. Die Lehrerin geht kurz raus und man macht ein großes Affentheater. Kennt man. Ich muss auspacken, Schule. Ihr kleine ... ne? Ihr wollt mir was beibringen, was sattest ... ... ist das an meiner Räume? Bringt mir doch mal bei, wie man Steuern zahlt an meiner Räume. Junge, was laberst du da? Boah! 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 Du bist nicht in der Scheibe. Du schreibst nicht? Ich mach Kopf. Ich mach aus Kopf, Mensch. Boah! Ich bin kein Gedäuwer. Boah! Wer ist das? Ja, was machen Sie hier? Hallo? Ich bin kein Gedäuwer. Du bist so wach, Digga, seid immer herrlich, Alter. Für jede Fangemeinde ist auf jeden Fall was am Start, Digga. Es dreht sich gerade nicht, ihr seht das nur so. Ihr seid auf LSA. Es kommt euch alles nur so vor. Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Woher? Woher? Du bist still. Österreich gegen Mazedonien, wer wird morgen gewinnen? Türkei! Spielt morgen nicht. Wie er macht den türkischen Wolf verrückt. Türkei! Okay! Türkei! Türkei? Türkei gewinnt immer. Grauer Wolf. Der graue Wolf davon ist so zig. Das habe ich gesehen. Was ist das? Wegen Unwetter ist bei ihnen im Toilett rausgekommen. Wie? What the fuck? Krass! So kriegt ihr ein Sixpack auf jedem Bild. Ihr tut euren rechten Fuß nach vorne, dreht ihn seitlich nach rechts und dann geht ihr ins Gym, ihr fetten... Ja! Und dann hast du es gut. Wir mussten uns früher ein Maß zu viert teilen. Guck mal wie gut du es hast. Ich habe meine Pflichten erfüllt als Vater schon mit zwei Jahren. Nächstes Jahr verheiratet ich mich in Algerien. Aufheben! Ich... Er hat das ganze System auseinander genommen. Wäääh! 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 Digga! Diese Tour de France und so Geschichten sind auch gefährlich, ja! Alles vorbei. Nicht nur Motorradfahren ist gefährlich, sowas auch, Digga! Er hat... Ah, guck mal! Alle liegen flach wegen Ei! Wäääh! 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 Die ganze Verpackung von Kinder... Sogar das Spielzeug Dinosaurier... Rawr! Alles aus Plastik und so, gäh! Welcher... Hat den Löffel auf einmal Pappe gemacht? Einfach, das schmeckt nach... Matheheft! Oh no! Oh no! Oh no 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 no! Ah! Kam zu Suchti! Okay! Okay... Hääääh! Juh! Häääh! Häääh! Aktivsouiistion! Dort... Liedosfonan! Uhhh! Häääh! 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 Digga! Der Mann 24 Stunden am Essen! Er liebt Essen kochen, Essen gehen! Er liebt richtig! Oh nicht, ob wir das schauen, oder? Wirklich hier, oder Sand? Hö, was mit meinem Parklich los, Digga? Wow! Dann weg, Digga! Perfekt, Digga, die Lade sich einfach totiger während der Lade überfallen wird. Aber die Folge war eben es selber. War okay, war okay, war okay, Digga. Da war ein paar coole Sachen dabei. Da war ein paar coole Sachen dabei. Ehrlich? Ja, ich habe einmal gelacht oder so. Ist okay, Digga, ist okay. Hoffentlich nichts zu folgen.